Meine Einschätzung ist, dass europäisches Recht irgendwann mal dazu führen wird, dass in Deutschland das 50 plus 1 nicht bestehen bleibt. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Dem deutschen Fußball geht es in Europa mit Abstand am besten. Nicht zuletzt wegen 50 plus 1 und weil die DFL vernünftig kontrolliert und zum vernünftigen Wirtschaften anhält. Untertitelung des ZDF für funk, 2017